Hallo, mein Name ist Regina Wacker. Ich bin Deutsche, lebe aber seit 18 Jahren mit meiner Familie in Mexiko. Deshalb spreche ich auch Spanisch und natürlich auch Englisch. Ich unterrichte seit 18 Jahren Englisch und Deutsch für alle Altersklassen, von Anfängern bis Fortgeschrittene. In diesem Video werde ich euch ein bisschen über mich und meinen Lernmethoden erzählen. Ich halte mich selber für eine ruhige und geduldige Person. Meine Kinder und Enkelkinder finden mich cool. Ich höre gern Musik, mache Puzzles und liebe Quizshows im Fernsehen. Dabei sehen meine fünf Katzen und mein Hund zu. Ich unterrichte Kinder, Jugendliche und Erwachsene und benutze dabei verschiedene Methoden und Techniken, die dem jeweiligen Schüler angepasst sind. Während der Schnupperstunde beurteile ich deine Deutschkenntnisse, um einen Plan erstellen zu können, der genau an dich angepasst ist. Mit verschiedenen Aktivitäten, wie zum Beispiel Musik hören, Videos sehen oder Grammatikübungen lösen, passe ich mich komplett den Bedürfnissen und dem Tempo jedes Schülers an. Nun, ich hoffe, dass ich einige Zweifel beseitigt habe und freue mich darauf, dich bald begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen! Vielen Dank.